Hallo Leute, ich bin Thomas und zeige euch heute, dass man mit der BLT-Ticket-App auch Freunde mitnehmen kann. Ich habe die App nun schon ein paar Mal benutzt. Es ist wirklich eine gute Sache und man kann bis zu 8 Tickets auf einmal kaufen. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Die App öffnen. Das gewünschte Ticket auswählen. Ich brauche ein Zwei-Zonen-Ticket. Also eingeben, weitere Tickets. Und dann Zwei-Zonen. Nun kann ich die Anzahl der Reisenden eingeben. Mit Ändern komme ich in das entsprechende Menü. Insgesamt sind wir zu dritt. Anwenden und kaufen. Voilà, die Mobile-Tickets sind da. Das ist wirklich einfach. Super!